Hey, Vollhonk! Ficker! Du verhonkter, honkiger Ficker! Ich mach dich sowas von... Hallo, ist Eric da? Willkommen bei Meaty Boy. Ist eine Einladung für meine Party. Jeder verkleidet sich als sein Lieblingstier. Oh, cool! Wollen wir uns küssen? Ja. Wir sind heute hier, weil ich dir eine sehr wichtige Frage stellen will. Also, Lilly, willst du meine Freundin sein? Ja. Ja, ich will. Der Hammer. Ich muss nach Hause. Was musst du denn tun? Jemand töten. Er wird bald wiederkommen. Was denkst du, wer ihm da eine schöne Party schmeißt? Du? Ganz genau, süßer. Das ist ja grauenhaft. Er und noch ein paar Jungs haben sich in der Schule gegen mich verbündet. Ich war früher sowas wie ein Nerd. Wie viele Freunde hattest du schon? Drei. Wie viele Freundinnen hattest du? Das ist irrelevant. Ich muss dir noch zwei Dinge sagen. Erstens, ich fahre morgen mit dem Bus zurück. Zweitens, das lässt sich noch ändern. Dein Lieblingsstier ist also der Hai? Ja. Ganz schön cool. Ich hätte mir das auch erst überlegt mit dem Hai, aber dann dachte ich, Adler ist noch ein Tick besser. Wollen Sie ihm eine Nachricht hinterlassen? Könnten Sie ihm sagen, die Vergeltung wartet auf ihn. Schön, Geld braucht er immer. Vergeltung. Danke fürs Zuschauen. Verratet uns gerne unten in den Kommentaren eure Meinung. Wie fandet ihr das Video? Lasst gerne ein Like da und auch ein Abo und vergesst dabei nicht das Glöckchen zu aktivieren. Bis zum nächsten Mal.